Schmeiß mal das weg. Gucken wir mal, vielleicht kann ich noch nachladen irgendwas. Das schon mal nicht. Das auch nicht. Okay, na, dann bleibst du hier. Ich muss da lang, okay, dann will ich hier rein. Du lebst. Monster liegen nicht einfach rum. So viel habe ich schon gelernt. Plasma-Energie. Ah, okay. Ich nehme meinen Energietang. Ein Halbpack meine ich. Energietang. Stase. Okay. Und da ist noch was. Credits. Credits sind gut. Okay. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Verzerrung? Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, wunderbar. Ja, man muss erst mal zu mir hin kommen, oder? So ist es, dass ich durchschießen kann. Ha, 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 ha. Oh, Kopfschuss zu mir. Komm, ich mache es dir einfacher. Wo ist es? Oh Gott, hat mich das Ding jetzt erschreckt. Sicherheitsschuss. Sicherheitsschuss. Du hast Medi-Medicat, meine ich. Inventar voll. Scheiße ist. Ich brauche echt einen neuen Anzug. Fuck, fuck. Was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Ja, da ist nur eins. Was auch der nach? Wo ist das Ding denn hin? Was ich angeschossen habe. Wo ist es? Von da? Oh. Wolltest du mich überraschen, ja? Und plump. Alles Wortschein-Kabatscher. Inventar voll. Ja, okay. Dann habe ich aber auch noch von denen. Wow! Staser, okay. Okay. Ja, natürlich nehme ich das dann mit. Wenn ich schon verschieße. Ah, die sind von hier gekommen, denke ich mal. Komm, mit dem Ding kann ich kaum verfehlen. Ich sehe zwar auch kaum was, aber ich kann damit kaum verfehlen. Das nächste Monster kriegt das Ding voll gegen den Kopf. Schon realizierbinden. tipping auf Deutsch wird nicht tant. Oh. 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 Die Mine ist gut, es braucht zwar lange, aber sie ist gut. Danke für den Energieknoten. Ja, Igitt, widerlich. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, ich habe ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ja, habe ich. Plasma oder Strahlen? Natürlich die Strahlen. Schön, dass ich mich immer umgucke heute noch. Was sagt eigentlich Plasma? Habe ich irgendwas, was... 25, 25. Nein, das reicht. Mit Ticket. Lass mich ran, ich will da dran. Woh, 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 woh! Na, dann schnell. Schiffssystem auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Piregaster. Eine der Kanonen behältet mir Kopf zerbrechen. So, weiter. Okay, jetzt zurück, ne? Ja. Das Ding zuckt noch. Ja, so ein bisschen zerfetzt. Ein bisschen zur Nase. Hey, ein Schutzschild. Kann nicht schaden. Naja, dich kennen wir schon. Du bist tot. Ah, ein Puls. Das ist der Rhythmisch. Ich lass mich nicht mehr gern überraschen. Bis dahin zu klinken die Hobnigs. Woah! Ha ha, weg mit dir! scheiß Fie. Das klappt aber vorher nicht. Doch, Lars. Speichern... Speichern ist immer gut. Da, drohende Vernichtung, ja. Ich möchte einen Shop haben. Ich traue Aufzüge nicht mehr. Okay. Sind wir auch bald da? Sind wir bald da? Schauen wir mal, lange aufzug. Wo, 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 wo. Hi. Tschüss. Tschüss. Oh. Ähm, ja. Dort. Credits, yay, danke. Ich mag diese Dinger nicht. Die sind so schnell und fläuschen und fläuschen. Da ist doch eine Werkbank, oder? Wir haben doch ein paar Knoten gekriegt. Sollte man nutzen. Wie geht's? Ich nutze es für meinen Anzug diesmal aber. Das nächste ist aus der Luft. Das soll man wieder kriegen. Ein bisschen mir Luft schadet auch nicht. Ich gehe jetzt mal kurz Richtung Shop. Da ist er ja. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Ich habe, glaube ich, mich gerade für Anzug Level 3 Laserkanone. 15.000. Ah, verdammt. Höchst. Ich gehe hier 5.000 zusammen. MediPack. Safe. Safe. Und safe. Zwei reichen. Obwohl, warte Mama, ne, die großen verkaufe ich bestimmt nicht. Die kleinen brauche ich sowieso nicht mehr. Verkaufen, 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 Verkaufen. Dann nehmen wir jetzt, Windsafe, Windsafe. Luftkanister, Stase. Achso, mein Inventar sollte ich mal durchgehen, ne? So. Medipack, okay. Plasmaenergie. Reicht. Impuls reicht auch. Strahlen, ne? Ja, ich nehme eine Strahlen-Dinger mit. Darauf so einen Krach zu machen da hinten. Strahlen-Molition. Nein, nicht verkaufen. Insane. Dankeschön. Hey, stopp. Halt. Hallöchen. Du hast da was für mich. Das möchte ich ganz gerne haben. Yay, lasst uns umziehen. Gebt mir einfach die neuen Dinger. Ja. Gebt mir einfach die neuen Dinger. Ja.